Im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, welchen Erstbesatz ich für meine Becken hier gewählt habe. Das waren unter anderem Geweihschnecken, Rennschnecken, Amanogarnelen, alles was so ein bisschen gegen Algen hilft. Aber heute geht es um die ersten Fische und ich hoffe ihr seid genauso gespannt wie ich, welche Fische hier als erstes schwimmen dürfen und das ganze Becken erkunden dürfen. Es sind insgesamt vier Arten, die wir heute schwimmen lassen und das Becken erkunden lassen. Also seid auf jeden Fall mit am Start. In den letzten Videos habe ich ja schon ein bisschen vorweggenommen. Da habe ich die Fische ja schon mal gezeigt, das heißt ihr konntet schon mal ein bisschen sehen, welche Fische denn jetzt heute reinkommen. Jetzt zeige ich euch, wie sie am Tag des Einsetzens dann sich verhalten haben und wie das ganze Becken da zu dem Zeitpunkt aussah. Wie es jetzt inzwischen aussieht, seht ihr ja im Hintergrund, aber seid einfach auf die nächsten Folgen gespannt. Wenn es dann auch in den nächsten Monaten an die nächsten Fische geht, heute zeige ich euch die ersten vier Arten und ich würde sagen, fangen wir auch einfach an mit dem ersten Fisch und in diesem Sinne, Hallöchen, mein Name ist Nico und willkommen bei Aqua Update. Und bei meinem Algenproblem ist es glaube ich nicht verwunderlich, dass ich diesen Fisch ausgewählt habe. Und zwar spreche ich von dem Netzpinsel-Algenfresser. Oh, ich habe mich gerade richtig erschrocken. Habt ihr das gerade mitbekommen hinten? Wenn man vom Teufel spricht, also das war einer von den Netzpinsel-Algenfressern, jedoch von den Erwachsenen hier in dem großen Becken. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Also für das kleine vordere Becken ist der Besatz relativ schmal ausgefallen, beziehungsweise relativ unspektakulär. Da haben wir uns fünf kleine Netzpinsel-Algenfresser gekauft in der nächsten Zoohandlung hier bei uns. Und ich weiß, wie groß die Tiere werden und wie viel und gerne und schnell die schwimmen. Deswegen fünf Stück. Mit den anderen vier, die ich aus meinem Altbesatz noch habe, sind es insgesamt neun. Und ich würde sagen, diese neun kann man verantworten, später im großen Becken schwimmen zu haben. Denn die werden nicht für immer in dem kleinen Becken vorne bleiben. Denn die werden einfach 20 cm groß und sind super, super schwimmfreudig. Ihr habt es vielleicht gerade eben mitbekommen. Die schwimmen und jagen sich gegenseitig so sehr. Das ist auch so das Lieblingsverhalten von denen. Also die jagen sich, spielen miteinander und sind wirklich sehr agil, schwimmen viel hin und her. Die sind manchmal ziemlich ruppig auch, aber ich finde das Verhalten von denen cool. Und sie haben mir extrem geholfen gegen die Algen. Das werdet ihr vielleicht in den nächsten Clips noch sehen. Wie gesagt, deswegen fünf Stück sind in das kleine Becken vorne eingezogen. Und ich würde schon sagen, dass das so mit einer der Favoriten ist, wenn man einen Kampf gegen Algen führt. Abgesehen von der Rüsselbarbe sind das eigentlich so die Top-Favoriten für Algenbekämpfung, als Algenfeind einfach. Ich meine, die haben nicht umsonst den Namen Netzpinsel-Algenfresser. Manche nennen sie auch Schwarzfleck-Algenfresser wegen dem schwarzen Fleck an der Heckflosse. Der lateinische Name ist Croscellus reticulas. Unter reticulas verstehen eigentlich die meisten Zoo-Händler den Fisch. Aber Netzpinsel-Algenfresser kennt eigentlich auch jeder. Das heißt, falls ihr euch so einen Fisch zulegen wollt, denkt dran, der wird 20 cm groß und braucht dann auch seinen Schwimmraum. Also ist wirklich sehr agil, der Fisch. Im Übergangsbecken war das so ein bisschen schlecht. Da hatten die echt nicht den Platz und waren auch ein bisschen eingeengt. Also ich bin froh, dass ich sie endlich jetzt aus dem Übergangsbecken rausnehmen konnte. Und die fühlen sich sowas von wohl. Ihr habt ja gerade im Hintergrund mitbekommen. Wie gesagt, das sind halt noch Babys, also beziehungsweise noch Jungtiere, die ich in das kleine Becken vorne eingesetzt habe. Hauptsächlich, damit sie mir die Algen ein bisschen wegfressen. Und das hat wirklich gut geklappt. Also seitdem der Besatz drin ist, sind da einfach keine Algen mehr. Und das hat super geklappt. Ich werde die natürlich später rübersetzen ins große Becken, denn die werden relativ schnell groß und wollen halt immer mehr schwimmen. Deswegen kommen sie irgendwann ins große Becken. Aber gerade am Anfang, in der Algenphase, kann man die vorne mit einsetzen. Und jetzt habt ihr auch schon mitbekommen, dass im großen Becken die gleichen Tiere sind, bloß halt als erwachsene Form, die ich ja vorher auch schon in meinem 300 Liter Becken hatte. Das habt ihr ja in dem Video hier zum Beispiel gesehen. Da habe ich nochmal ein Fazit zu meinem 300 Liter Becken gezogen und habe auch über den Besatz und sowas geredet. Es hat, wie gesagt, alles in dem Video auch mitzusehen. Könnt ihr ja gerne nach diesem Video auch noch einmal abchecken. Ich habe die Tiere in meinem alten Becken auch bei etwa 27 Grad gehalten. Auch dauerhaft. Das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht. Die haben sich super wohl gefühlt. Die haben alle sehr gleichmäßig geatmet, nicht zu schnell geatmet. Die waren trotzdem sehr schwimmfreudig. Und es steht zwar überall im Internet, dass sie so bis 25, 26 Grad höchstens gehalten werden sollten. Aber die haben sich halt auch bei 27 noch super wohl gefühlt. Und ich wollte die Temperatur nicht weiter abfallen lassen wegen meinen Welsen. Denn die wollen eigentlich gerne 28 plus. Das heißt, 27 war also ein Kompromiss, wo beide sich noch wohl gefühlt haben. Und das werde ich hier in dem Becken einfach so weiter fortführen. Also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, dass das super klappt. Und das werde ich hier in dem Becken einfach so weiter fortführen. Also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, dass das super klappt. Wie gesagt, also die Algen haben sie super, super in Angriff genommen. Da haben sie mir richtig viel geholfen und die sofort angefangen wegzufressen. Als Beibesatz habe ich dann noch die Entlergubbies aus meinem Bestandsbecken dort eingesetzt. Nur die blauen habe ich da eingesetzt. Die haben sich tatsache auch teilweise an die Fadenalgen gemacht, aber nicht an diese hartnäckigen Algen. Das haben nur die Netzpinsel-Algenfresser geschafft. Als dritte Art sind halt noch ein paar Otto-Zinklus-Welser eingezogen. Die konnten halt aber nur ins vordere Becken. Im großen sind noch keine Otto-Zinklus, weil das einfach noch nicht eingefahren genug ist. Die glaube, die würden noch nicht genug Belege finden und Aufwuchs. Die brauchen ja das Aufwuchsfressen, was sich überall bildet. Also alles, was an Aufwuchs auf Hardscape, an den Scheiben und so bildet. Das ist ja das Futter für die Otto-Zinklus. Und wenn ihr ein Becken frisch startet und dort Otto-Zinklus-Welser einsetzt, dann kann es passieren, dass die vielleicht noch nicht genug Futter finden, weil sich in diesem frischen Becken noch nicht genug Belag und Aufwuchs bildet, dass der Otto-Zinklus nachher wirklich verhungern kann. Also der findet dann schlichtweg nicht genug Nahrung in eurem Becken und das ist dann wirklich nicht so schön, denn das sind echt kleine niedliche Tiere und ich mag die voll gerne irgendwie. Deswegen habe ich die erstmal nur ins kleine Becken gesetzt, denn das war ja schon drei Wochen weiter vom Einlaufzyklus wie das große. Und im Großen folgen die auf jeden Fall auch noch. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir auch direkt zu dem hinteren Becken, denn da ist noch eine Art mehr eingezogen. Und bevor ich dann auf die letzte Art Fisch eingehe, zeige ich euch nochmal schnell die erwachsenen Netzpinseligenfresser oder Reticulas. Die waren nämlich extrem scheu, nachdem ich sie eingesetzt habe. Ihr seht das hier, das erwachsene Tier hat sich einfach sofort, also das war jetzt wirklich frisch nach dem Einsetzen, der hat sich da komplett zwischen diese Äste geschoben und wollte sich am liebsten gar nicht bewegen. Der hat richtig Schiss gehabt. Und das war nicht nur er, das waren alle vier. Also die erwachsenen Tiere, die waren auch die nächsten Wochen, das werdet ihr in den nächsten Videos auch noch sehen, wenn ich in den nächsten Videos dann auf den Pflanzenwachstum eingehe. Falls du Angst hast, die Videos zu verpassen, beziehungsweise wenn du Interesse hast, abonnier diesen Kanal, dann wird dir das angezeigt, wenn ich die nächsten Videos hochlade. Das würde mich mega freuen. Und das zeigt mir, dass du die nächsten Videos auch gerne sehen möchtest. Dann werdet ihr sehen, dass die Netzpinseligenfresser, also die erwachsenen Tiere, eigentlich nie zu sehen sind, weil sie sich immer versteckt haben. Und das war seit Anfang an so. Also die haben sich die ganze Zeit übelst versteckt. Jetzt inzwischen sind sie aktiv geworden und kommen auch mal raus und schwimmen. Und schwimmen auch im Freien rum, wenn man neben dem Aquarium steht. Normalerweise haben sie sich sofort versteckt, sobald man da langgelaufen ist. Also die waren am Anfang sehr, sehr, sehr scheu. Ich meine, kann man aber auch irgendwie verstehen, weil sie aus dem 300-Liter-Becken rausgefangen wurden, in das Übergangsbecken, aus dem Übergangsbecken, wieder in das Becken. Ich kann es verstehen, wenn die so langsam ein bisschen misstrauisch den Menschen gegenüber werden. Aber es entwickelt sich wieder in eine gute Richtung. Sie werden wieder ein bisschen lockerer, schwimmen wieder mehr rum. Sind halt nicht mehr so verschreckt wie am Anfang. Endler-Guppies habe ich auch eingesetzt. Das sind aber die Wildform, also die Orangene, oder die Wildform auf jeden Fall von den Endler-Guppies, finde ich irgendwie im Kontrast zu diesem grünen Layout, beziehungsweise hier ist es ja noch ziemlich voller Algen. Ich finde dieses leuchtend Gift Orange irgendwie super, super kontrastreich. Und dieser Farbenkontrast finde ich mega, mega cool. Und eigentlich wollte ich die Guppies irgendwann demnächst abgeben, weil in dem großen Becken ein anderer Besatz geplant ist. Aber im Moment gefallen mir die noch richtig gut in dem Becken, weil die einfach so leuchten mit diesem Orange. Und also mir gefällt das richtig gut. Die sind auf jeden Fall auch aus meinem Bestand gewesen. Also die waren alle immer im Übergangsbecken. Blauen Endler-Guppies, die Orangen Endler-Guppies und die erwachsenen Netzpinsel-Eigenfresser. Otto Zinklus-Welse habe ich wie gesagt noch keine in dem großen Becken, aber es ist eine andere Welzform in meinem Aquarium. Und wer die letzten Videos von mir gesehen hat, der weiß auch, welche Welse ich sonst noch habe. Und zwar habe ich hier noch rote Hexenwelse. Und diese Welzart, ich weiß nicht, wie viele die überhaupt kennen, aber die ist super, super interessant, wie ich finde. Und tatsächlich auch gar nicht so scheu. Also es gibt ja andere Welzarten, die sich wirklich nur nachts zeigen oder die sich immer nur in Höhlen verstecken und so weiter. Manchmal hängen sie auch hier zwischen den Ästen und man sieht sie halt nicht, aber das ist nicht bewusst, um sich zu verstecken. Sie verstecken sich schon, wenn sie sich ausruhen wollen. Aber zum Beispiel konnte ich auch einen von den Hexenwelsen mit der Hand aus dem Übergangsbecken in das Neue packen. Also ich habe den aus dem alten Becken mit der Hand gefangen. Klar hat er sich ein bisschen gewunden und wollte erst fliehen, aber ich konnte den, also der lag ganz ruhig, hat dann natürlich ein bisschen gezappelt, als die Hand kam, aber ich konnte den ganz sachte mit der Hand hochheben aus dem Wasser, habe den dann so ein bisschen festgehalten, dass er nicht runterfallen konnte und dann ins neue Becken gelegt. Also erstmal in die Tüte zum Temperaturangewöhnen, aber ich konnte ihn halt mit der Hand rübersetzen und das ist irgendwie schon ein echt beeindruckendes Gefühl. Vor allem konnte er dann halt nicht durch das Netz verletzt werden und das war einfach ein einzigartiges Gefühl, den Fisch halt mit der Hand ganz behutsam rüberzusetzen und ihn nicht irgendwie mit dem Netz zu fangen und die Gefahr zu laufen, dass er sich vielleicht noch verletzt. Das musste ich bei den anderen Fischen schon machen, aber den konnte ich halt echt mit der Hand umsetzen. Das war irgendwie, das war super. Das war ein tolles Gefühl und ich glaube, das zeichnet diesen Wels auch aus, dass er halt nicht so scheu ist wie die anderen Ellwelse und vor allem hat er auch diese ganz spezielle Form. Er ist halt nicht so breit wie die anderen Ellwelse, sondern hat diese ganz schmale Lanzenform. Also der andere Name für den Wels ist ja auch Lanzenharnischwels, einfach weil er diesen langen, lanzenartigen Schwanz hat und davon werden auf jeden Fall in den nächsten Monaten auch noch mehr einziehen, denn ich habe hier zwei Weibchen und ich würde da gerne noch ein paar Männchen zusetzen, um vielleicht einen kleinen Zuchtversuch zu starten. Ich weiß, dazu braucht der Wels noch ein paar dünne Röhren, wo er sich denn drin verstecken kann, zur Brutpflege und so weiter. Das wird, denke ich, alles in einer extra Videoreihe kommen. Das werde ich dann immer mit dem Titel Hexenzucht betiteln. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, ob mir das gelingt, wenn es denn soweit ist. Aber erstmal sind hier die zwei Weibchen eingezogen. Das war noch nicht alles, da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was an Fischen, aber ich konnte den Großteil schon mal aus dem Übergangsbecken entlassen und endlich ins große Aquarium übersetzen. Es war wirklich ein tolles Gefühl, den Fischen jetzt diesen Freiraum zu geben und es war auch sehr, sehr interessant, das Verhalten zu sehen. Gerade bei den Endler-Guppies, die sich dann wirklich wieder als richtigen Schwarm zusammengerottet haben. Also die waren dann nachher wirklich nur in einer Gruppe unterwegs. Und wie gesagt, wer die letzten Videos gesehen hat, wo ich über die Algenplage geredet habe, da könnt ihr auch wirklich sehen, dass die Guppies mir super geholfen haben bei den Algen. Deswegen habe ich sie auch mit als erstes eingesetzt. Aber auch die Netzpinsel-Algenfresser haben natürlich auch ihren Job getan. Bloß das konnte ich halt nicht beobachten, weil die das meistens nachts gemacht haben. Also ich konnte einmal nachts bzw. spätabends beobachten, wie die auch an den Algen gezupft haben. Da musste ich mich aber zehn Minuten vor das Aquarium setzen und ganz ruhig sein. Deswegen konnte ich euch davon keine Aufnahme zeigen. Das Algenvideo, worüber ich geredet habe, das zeige ich euch mal hier auf der Seite. Klickt das gerne an, schaut euch das nochmal gerne an, wenn ihr sehen wollt, wie die Guppies die Algen fressen. Das sah total ulkig aus. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf eure Kommentare. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt doch gerne einmal das Wort Hexe in die Kommentare. Dann weiß ich, dass ihr bis hierhin am Start wart. Tschüss, euer Nico.